Hallo liebe Beauties! Herzlich Willkommen zu einem nächsten Video! So, heute ein kleiner Beauty-Promi-Tipp von mir und ich würde sagen, gesucht und gefunden! Ich schaue ja jeden Dienstag immer sehr begeistert Daniela Katzenberger. Ich hoffe, ihr tut das auch. Und ich habe mich schon lange gefragt, wie sie denn diese super glänzenden, fruchtig-pinkigen Lippen hinbekommt. Und sie hatte ab und zu mal ihren Lipgloss so ein bisschen halb in die Kamera gehalten, weil man konnte es nie erkennen, welche Marke das direkt war. Ich dachte ja immer, es sei was von MAC, aber jetzt habe ich über ein Video herausgefunden, welche Marke sie benutzt und welcher Lipgloss das ist. Und wenn ihr Interesse daran habt, in Zukunft Lippen zu haben, so wie sie, dann kann ich euch jetzt den Promi-Beauty-Tipp geben. Daniela Katzenbergers Lipgloss ist dieser hier. Und zwar von Manhattan der High Shine Lipgloss, der bei Rossmann 3,55 Euro kostet. Ich habe ihn sogar reduziert für 1,70 Euro bekommen. Und er sieht super, super klasse aus. Ich swash euch den auch mal. Im Auftrag super, super geschmeidig. Riecht auch ein kleines bisschen fruchtig. Ihr habt hier im Geschäft 6-7 Farbnuancen zur Auswahl. Es waren nur noch 3 da, als ich einkaufen war. Und ich habe mir diesen hier mitgenommen. Ihr seht in der schönen pinkigen Farbe. Hier sind Glitzerpartikel enthalten. Das heißt, wer vielleicht doch eher was für die etwas extravaganteren Auftritte, beispielsweise am Abend, oder wer es gerne am Tag tragen möchte, dann natürlich auch für ein Everyday Make-up. Und ich mache es jetzt wie in meinen Lipgloss Reviews auch. Nämlich, ich trage ihn jetzt hier nochmal auf die Lippen auf, dass ihr direkt das Ergebnis seht. Also, man sieht schon den sehr pinken Effekt im Vergleich zu oben. Und das wäre das Ergebnis. Ich finde es ganz schön. Allerdings würde ich sagen, ich trage es vielleicht dann doch eher auch erst abends. Der restliche Daniela-Look wäre dann natürlich noch die Augen. Ein bisschen dunkler schminken, dunkle Lidschatten drauf, lange blonde Haare. Das passe ich mir jetzt natürlich nicht an. Aber hier einfach der Tipp für euch. Schreibt mir doch mal, wie ihr die Farbe findet. Vielleicht habt ihr den Gloss ja auch schon zu Hause. Vielleicht einen anderen Farbton. Also, ich finde es schön. Ich habe hier einen ganz tollen neuen Lipgloss-Tipp jetzt bekommen. Und werde den auch jetzt öfters tragen. Also ihr Lieben, das war es hier von mir. Im nächsten Video dann die Mascara Review. Ganz, ganz viele Mascaras für euch getestet und umfassend vorgestellt mit ganz vielen Fotos. Seid dabei. Und jetzt kommen noch die Gewinne der Verlosung von den fünf schönen Shockwaves-Sets. Also jetzt aufpassen, ob dein Name dabei ist. Wenn nicht, nicht traurig sein. Es kommen wieder Verlosungen. Und es läuft ja bis zum 3.6. noch die große iPod-Nano-Verlosung. Ich blende das hier im Video ein. Bitte draufklicken und noch mitmachen. Und demnächst gibt es auch noch zehn vierteilige Sets von Herbal Essences bei mir zu gewinnen. Also auch dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Tschüss! dealing mit distractions miten Schronten. Und wenns Zuschauer auf den 1 4.0 heaven- Daddy вечend happen. ießen. seien. 注意 sich darum zu beainezeln. hier Girls da我不 plocken.